ok also weiß noch mal auch wieder gold schmelzen tue ich auch das heißt ich muss jetzt eigentlich schauen dass ich ja mein treppenhaus weiter bau gibt es eigentlich noch eine andere möglichkeit cobble stones ranzukommen außer die die wo ich gerade da habe und ich vermute ja die aber die sind mystical die sind so was von weit weg an firma leiter das kann ich noch vergessen ja ich neos extruder ist derjenige wo es kann aber ja da bin ich auch noch weg wollte resource meiner ok welt transmutation das habe ich noch gar nicht begriffen diesen diesen reiter hier ja und die segment ist klar also das heißt der karl ist und generator die nicht da habe das ist momentan das was sie ich herstellen kann das heißt jetzt aber auch kann ich denn schon einen tank bauen an den vernünftigen basic fluid tank ich kann ihn füllen sehr schön ganz toll also ich kann noch nicht bauen ok jetzt noch andere tanks sie wird tank porzellan tank ja diese ender tanks klar diesen hier ender tank aber dann brauche ich meine place waren ha ha wie geht es denn überhaupt mal ein teil da unten eigentlich soweit ganz gut 25 prozent ich weiß halt nicht ob das so einfach funktioniert aber ich muss jetzt mal gucken ich habe noch ein stone casing dass ich jetzt das versuchen mit dem stone casing na klasse aber eigentlich müsste ja aber ich will nicht die ganze zeit jetzt runter rennen müssen nur um das da zu machen also so dass da mal rein 50 prozent unten combustion da muss ich auch mal gucken vielleicht kann ich den auch mal hoch pümpen bei eisen habe ich jetzt ein bisschen ich muss das auf jeden fall das von dem treppenhaus mal wegkriegen so auf jeden fall ja ich wollte ich hatte es die eier kommen wieder mal da rein das gold kommt wieder mal da rein kann ich schon mal als erste ausschütten brauche hier acht so das was was habe ich jetzt gerade dabei geballert ein meter glaube ich ne und ein combustion hitter iron combustion hitter dafür brauche ich das da das heißt ich brauche acht ich brauche 15 eisen die habe ich noch und einige sagen eine max gerade komplett die verschwendung ja kann sein aber das ist mir jetzt erstmal egal ich will es probieren dann brauche ich bitte 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 gunpowder müsste eigentlich auch mal meine meine falle da umbauen dass die nach unten fallen dass ich dann da das ist vollautomatisch macht so allen hitter allen kompastchen jeder das heißt jetzt eigentlich ich müsste ich müsste da ein bisschen ein bisschen so 121 prozent moment muss ich mal schnell was gucken einen casing stone condenser ok das ist was anders alles weg ja und ich muss mir jetzt natürlich auch ja klaren sein die angekann da mal weg das muss auch weg dass ich hier noch ein treppenhaus zu bauen habe weg das weg das heißt du wirst eigentlich auch nicht reichen ich muss mich noch mal um eins versetzen aber die wand geht er dann bis hierhin wenn es ein 7 x 7 jetzt wird 1 2 3 4 5 so oh shit das war falsch ja genau lach mich aus den darf ich noch nicht du kommst da hin ich kann ja dann hier runter laufen das war dann die richtige stecke okay ich wollte doch noch mal welcher stairs gucken frame stairs ok kann ich mir das überhaupt schon bauen ja kann ich dann könnte ich sogar die richtige ist richtige treppe dann bauen und wir haben jetzt aber hier den kieter das heißt hier kommt die kohle rein das heißt ich mache jetzt mal hier den da das da fackel das da ja wobei den hätte ich nicht gebraucht ich habe doch treppe einstecken kann ich hier auch hochlaufen kommt hier das holz hin und der deckel drauf zum guter letzt brauche ich jetzt noch den knopf dran okay wie schaut es aus die hitze passt 121 prozent speed das heißt ich brauche jetzt noch mal gunpowder weil wir brauchen jetzt dann ist obsidian damit wir alles ordnungsgemäß abschließen können acht stück müssen da raus kommen machen und der letzte das schlimm ist halt wirklich dass ich das obsidian das obsidian farmen wird jetzt richtig nervig ich habe hoffentlich noch ja davon habe ich noch ein paar man merkt leider dass ich noch keine automation habe und das letzte so das heißt wir brauchen jetzt acht mal acht obsidian wenn ich mich gerade nicht erzähle sind das ist es ist ein stack nein nicht ins deck doch ist ein stack natürlich natürlich das heißt wir brauchen jetzt aha multi-block not formed also geht das leider nicht das heißt ich brauche auf jeden fall dieses wood casing das weiß ich nicht das weiß ich nicht ob dieses iron da drin geht oder nicht geht ist auch nicht formt das heißt alles doof habe ich den anderen heater habe ich jetzt noch nicht da ne also das heißt ich darf den heater nicht austauschen also es muss dann holz bleiben jetzt ist meine andere frage ich habe doch bestimmt noch ein bisschen redstone wenn ich jetzt das da so aufbaue geht das ja die kohle ist natürlich weg hochkohle das heißt jetzt wir werden richtig massiv jetzt jetzt blaze powder herstellen aber das ist schon mal super dass das klappt weil dann brauche ich nicht mehr runter rennen und dann brauche ich nur noch rein schmeißen schade dass man das nicht so halb automatisieren kann ich hoffe ihr kriegt keine gehörschäden wenn es doch ziemlich laut sein sollte kann ich es ja noch abändern okay machen wir erstmal zu so jetzt habe ich einen knalltrauber aber wir brauchen mal das hier sind jetzt schon mal 15 stück das heißt 15 obs dann hätten wir schon mal 234 aber das heißt wir brauchen noch richtig viel gunpowder ich muss mir da auf jeden fall was mit mit den mit den fuzzis da überlegen weil das wird ja also außer ich mache mir jetzt dann wirklich jetzt muss ich jetzt muss ich mal gucken blaze powder wie kann ich blaze powder herstellen zwei stück mit blaze rods sind die habe ich aber nicht da mache ich 3 ja wobei das könnte dann eigentlich reichen 1 2 3 4 ich hoffe dass ich jetzt vier reingeschmissen habe ja aber mehr geht ja nicht ok wobei ich könnte es noch anders machen ach so ein bisschen größer machen wir es so so das war es mal wieder 1 2 3 4 und dann heißt es jetzt gleich schon mal anfangen zum hämmern oder was heißt zum hämmern zum picken ich könnte es sogar komplett füllen 1 3 4 5 4 5 5 5 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 okay das geht gar nicht mehr gut zu wissen wenn das mal dahin auch mal wasser natürlich habe ich mal wieder alle fackeln wegschwemmt wie immer habe ich noch welche und drei stück sehr schön eine hast du mal eine so die restlichen 3d wo ich noch hab dann klatschen ich bin ja auch witzig müsste doch gehen oder wein meiner an geht super warum komme ich da vorher nicht drauf geht ja auf jeden fall schneller so wir haben jetzt elf stück das heißt wir haben jetzt 26 also wie gesagt ein stack brauche ich das heißt wir werden machen jetzt noch mal knalltrauma das heißt ich muss jetzt den gesamten stack was ich an gunpowder habe hier durch ballern super ist nicht reingefallen also so schielen durch da auch nicht oder so zwei linke hände ich meine jetzt nicht mich sondern das mädchen okay war jetzt gunpowder weit schießen das ist ja der wahnsinn dauert auch nicht lang aber ich hoffe ich hoffe dass ich jetzt dann dadurch so viel von dem zeug dann habe dass ich mein obsidian dann fertig kriegt und dann brauchen wir nur noch ja ich frage mich gerade wie bricht man lava in diese schmelze rein das wird jetzt dann auf jeden fall noch interessant rauszufinden gleich einmal zwei stecks wenn man die erstmal umgecraftet zack und zack dann haben wir jetzt haben wir 32 32 26 so das heißt jetzt dann wir fangen jetzt dann an wir müssen mit ich anfangen sonst funktioniert es mit dem wasser nicht so der ist leer das heißt wir haben jetzt 4 dann haben wir 30 dann haben wir das heißt ich brauche jetzt noch zwei stück wenn ich das gerade richtig sehe ja ich brauche dieses komische mut ja auch noch machen wir ein bisschen mehr erstmal 36 muss ich hier rein so das heißt jetzt ich brauche ich brauche er dieses dieses andere zeugs da dieses da ich brauche dieses hotwood dafür brauche ich laberwut laberwut komme ich ran den dem ich in der schmelze laber drin habe wie kriege ich laberwut also das grieße wenn ich bauen können oder oder kann ich dich bauen ins grüße kann ich bauen so der macht blaze powder zu lava zu 250 millibuckets so jetzt ist nur die frage aber der hat ja der hat ja keinen tank oder so und hier kriege ich es ja nicht rein jetzt muss ich mal das einfach mal testen so die reihe machen wir noch komplett dicht alter schnell muss man doch ab und zu sein fürcht nein das geht nicht wie kriege ich hier flüssigkeit rein oder muss ich den squeezer bauen integrated dynamics und das ist zinkers komplement das heißt wir machen jetzt erstmal soweit das obsidian schon mal weg bis die nächsten vier durchlaufen danke wein meiner dass du jetzt nicht gegangen bist das heißt ich setze dich wieder hin wir machen es noch mal dass du jetzt wenigstens jetzt gegangen bist finde ich nicht dankeschön so das heißt wir machen jetzt immer zehn stück ich habe es noch vorhin gesagt auch damit wir arbeiten aber nö 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 nö